So, eine Flocke, die fehlt uns noch. Ich hoffe, die Mutti, sie lässt uns noch. Und ich hab das Gefühl mit, äh, die letzte Flocke, wie man hier sieht, das hier war wohl das Ende vom Lied. Na gut, dann gehen wir hier rüber. Ich weiß nicht, wo wir sind. South Peak, das ist ja wie South Park. 0 von 35. Ich höre hier ein Zwerglein schnarchen. So, der muss hier vor uns mal was erreichen. Sehr gut. Die Abkürzung, ich weiß nicht, wo geht sie wohl hin? Ich schau mal hier rüber. Mount Hall, ah. Das ist natürlich ganz famos. 77 von 78, hier fehlt uns wie gesagt eine einzige Flocke. Hier hingegen fehlen uns noch 35, das heißt, hier können wir vielleicht noch ein bisschen was erreichen. Ich nehme an, hier kommen wir, ach. Da müssen wir wahrscheinlich da unten erstmal den Windzug reiten. Und dazu müssen wir erstmal in den Untergrund. Untergrund. Und wir trinken erstmal einen Kakao. So, have a Coke. Have a Coke, have a Kit Kat. Natürlich. So, can we read the Elfigo? Ich glaube, ich trink heute mal nur einen. Alright, sauf dir einen. Uh, das war knapp. Hauptsache erstmal eine Klippe runterspringen. Der Junge ist doch lebensmüde. Also, wo der versichert ist, das möchte ich mal wissen. Das zahlt doch keiner. So, jetzt hier einmal rüber. Ich dachte, das wären ein, zwei Folgen. Let's play. Und da ruft die Mutti. Der Kakao bringt nichts. Aber ich ärgere mich nicht, denn wir haben gut geschafft. So, wir haben gut was geschafft. Vor allen Dingen haben wir jetzt auch den Weg, die Abkürzung, freigeschaufelt. Ja. Mami, du blöde Patsau. Deine Mutti. Time to come in. Nee, ich komm nicht. Ich bin ne Poetät. Ich rebelliere dagegen. Ich bin jetzt 26 Jahre alt. Ich rebelliere gegen 20 Uhr Schlafenzeit. Mutti, lass mich wach sein. Heute kommt das A-Team. Darf ich bis 21 Uhr wach bleiben? Nein, das A-Team hat zu viel Gewalt und zu viel Blut. Mal gucken, wer die Ironie in der Aussage erkennt. Der ist definitiv schon etwas älter. So. Und abermals auf dem Schlitten so fein, da stolpern wir über Stock und über Stein. Wir fahren in so manche Höhle hinein und wieder hinaus. Und, ja, dafür habe ich keine Worte. Außer Sonja Kraus. Ich weiß nicht warum. Es reimte sich nur. So wie zum Beispiel hier. Kuckucksuhr. So, wir düsen also auf dem Schlitten dahin. Wien. Under Hollows. Frozen Falls. Einfach durchdüsen. Drafty Flats. Hier einmal durchdüsen. Evergreen Hill. Evergreen Hill. Drei, zwei, eins. Jump. Die Mutti kann mich mal. Die Mutti kann mich mal. Heute komme ich nicht nach Hause. Die Mutti kann mich mal. Ich bin hier bei Mautal. Okay, die Frage ist, hier fehlt uns noch eine Flocke. Wo kann die wohl sein? Ich habe keine Ahnung. Und damit bin ich wohl nicht allein. Höh, bin ich doof? Ich glaube schon. Aber, ich sitze ja hier vor dem Mikrofon. Deswegen muss ich ja für alle Fehler herhalten. Bin ich doof? Hä? Was ist denn hier los? Ich will gar nicht da rein. Ich wollte eigentlich... Äh, muss ich wohl hier lang? Ach, ja, ja, ja. Ich wollte gerade... Ich habe keine Ahnung, wie ich drauf kam. Ich bin wohl im Geiste. Debil und leicht arm. Okay, Kakao kann ich trinken. Dann ist der Tag vielleicht länger. Zumindest war das das Gefühl. Die Mutti ist ja nicht so strenger. So, aber ich glaube, ein Kakao... Mehr wird es wohl nicht sein. Danach ruft die Mutti zum Spielen. Wieder rein. Ne, vom Spielen wieder rein. Natürlich meine ich. Natürlich. Entschuldigung, da habe ich mich versprochen. Ich habe mir aus Versehen selbst in den Hals gebrochen. So, der Vogel, den kennen wir. Den haben wir immer noch nicht gezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Auf jeden Fall... Ist es jetzt schon zu spät. Ich spring mal wieder hier rüber und guck. Aber ich sehe kein Flöckchen. Kein Flöckchen, das muckt. Da oben das Hammer. Hier ist sonst auch nix. Und gehe ich nach drüben. Da haben wir es. Stimmt's. 78 von 78. Gut, dann gehe ich wieder nach unten und nehme die Abkürzung. Ich muss ja jetzt nicht mal über den Berg gehen, weil wir haben ja alle Flocken gesammelt. So, bevor die Mutti wieder zum Abendessen stammelt, da gehe ich lieber hier unten lang. Ui. So. Und guck mal, was man hier so machen kann. 21.35. Wir haben in zwei... In drei Karten haben wir noch nicht alle gesammelt. Das ist doof. Ich weiß es selber. Aber leider haben wir keine andere Wahl. Hey, alter Drogenverkäufer. Wo kommen wir denn hier hin? Wir haben ja so gefragt. Downway Cliffs 35. Ich bleib erstmal hier. Sonst zieht sich das womöglich noch in die Länge. Und das will ja keiner. Wie ein Elefantengehänge. Was? Na. So, hier hoch. Das habe ich gesehen. Dann konnte man hier oben, glaube ich, nicht stehen. Nein. Aber da geht ein Windstoß hinauf. Doch vorher... Gehen wir hier. Nehmen wir den Umweg in Kauf. Auf. Und sammeln hier drüben die Schneeflocken ein. Huch. Und fallen herab. So schwer wie ein Stein. So, jetzt haben wir das hier auch erledigt. Und mehr Schneeflocken sammeln hier hinten geht eh nicht. Also soll es das gewesen sein. Hier oben. Ich gucke nochmal vorsichtshalber rein. Aber ich glaube, von da kamen wir auch. Ich habe zumindest so ein Gefühl im Bauch. Ja, hier sieht es aus, als hätten wir schon geräubert und alles an Schneeflocken weggesäubert. Und deswegen, ich springe hier auf die Clip und nehme hoffentlich hier alle Schneeflocken mit. Ja, alle gesammelt. Das doof ist nur, da oben hat sich noch was versammelt. Aber da kann ich vielleicht von hier oben hinspringen. Und ja, es wird mir gelingen. 35 von 35. Hier sind wir fertig. Schreibt was Nettes in die Kommentare, denn das ehrt mich. Weil wir hier mal schneller waren als sonst und trotzdem auch allen gefahren. So, ich gehe jetzt rüber zu den Downway Cliffs. Hier kann ich nichts versprechen, denn... Ach, das war es schon. Okay. Die haben wir alle im Sack. Und hier nehmen wir nochmal die Flocke Huckepack. Hier drüben, da gibt es noch diese eine zu holen. In diesem Busch, da knallt Dieter Bohlen gerade die Praktikantin aus dem Musikstudio. Und... Lügt ihr vor, er wäre so froh. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, irgendwas Weihnachtliches mit O so froh. O du Fröhliche. Ah, ist auch egal. Puh, die habe ich gerade noch gekriegt. Hier geht der Wind nach oben. Das ist ein Trick. Das heißt, ich muss erst mal hier entlang und dann gucken. Oder aber... Ohne mit der Wimper zu zucken. Ich hätte mich vielleicht reinstürzen sollen, aber ich glaube, wir werden hier unten verschollen. Ja, das sind aber viele Flocken. Da war gerade keine. Vier Stück fehlen noch. Weißt, was ich meine? Das sind nicht mehr viele. Die holen wir uns noch. Die verstecken sich bestimmt hier in irgendeinem Loch. Eins. Zwei, drei. Nein! Rock bottom. Wir haben eine Flocke verpasst. Ah, das ist natürlich... Die Frage ist, wo mag die wohl sein? Versteckt sie sich hier? Ganz unschuldig und klein? Nein, da war sie gerade gar nicht mehr. Ich versuche mal... Ich weiß gar nicht, wie wir da wieder hochkommen. Ist mir ein Rätsel, aber egal. So, ich tue es mal hier hoch. Da sehe ich tatsächlich keine Schneeflock mehr. Mein Herz... Es ist voll doch. Mein Auge ist leer. Okay, und hier sehe ich jetzt leider auch nichts. Das heißt, wir müssen eventuell... Das nächste? Ja, wir haben sie. 35, 35, 35. Sehr geil. Ja, haha. Okay, und dann hier... Ab zu rock bottom. So, gehen wir mal an. Und dann bitte... Bob, der Baumeister. Gräbt uns den Tunnel. So. Nach South Peak. South Peak Arabien. Das ist ungefähr hier. Und das heißt, wir können dann das nächste Mal mit dem Schlitten einfach hier durch. Wenn der natürlich genug Schwung hat. Was ich noch nicht glaube, weil... Da ja Stein ist. So, da geht der Wind nach oben. Das heißt, ich springe hier. So, wir müssen mal hier sammeln. 40. Ob uns das gelingt. Und vor allen Dingen, ich habe so das dumpfe Gefühl. Dieses rote... Zeug da. Das wird noch wichtig werden. Okay, hier geht's auch irgendwo hin. Wo geht's denn hier hin? Twilight Plains. Und über den Berg. Über den Berg noch. Dann sind wir nämlich... Wieder daheim. Dann nennen wir alle Schneeflocken mein. Also... Also unsers. Hier sammeln wir natürlich noch fleißig was auf. Die Fledermaus, die wecke ich leider auf. Das ist doof. Ich habe sie nicht gezeichnet. So. Komm ich da oben bei der Spitze durch? Oder bin ich so fett wie ein Lurch? Ja, ich kam durch. Das ist... 40 von 40. Man glaubt es kaum. Das hier ist der Weihnachtstraum. So viele Flocken für uns allein, die ziehe ich mir heute Abend mit Freunden noch rein. So, hier ist die Frage, was machen wir hier? Oh, die Nordlichter hinten sind ja echt schön. Achso, so tief geht's ja gar nicht. Ich hab immer Angst bei Absätzen, dass man da... 46 soll man hier finden? Okay. Ich hab bei so tiefen Absätzen immer Angst, dass man da runterfällt und dann Schneeflocken verpasst und nicht wieder zurückkommt. Ist da oben irgendwas? Nee. Es sieht so friedlich aus. So, so glatt. Und eben. Und jetzt nicht mehr. Da schnauft der kleine Mann, weil er nicht lange rennen kann. Aber springen, das geht. 5 Kilometer. Habe ich schon 100 Kilometer gesagt? Reimt sich irgendwie nix drauf. Äh, wat? Ich komm da nicht hoch. Das darf wohl nicht sein. Ich glaub, ich nehm... Was? Oh. Was ist denn da los? Ach, wir dürfen aber nicht helfen. Ich wollte helfen. Ich wollte helfen. Aber das dürfen wir nicht. Die lebt doch noch. Die zuckt doch da. Ich... Was? Uh, da reinkommen. Quik, 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 quik. Yes! Ha! Eieieiei. Na, das wird ja lustig hier. So. Habe ich eigentlich schon mal einen Jump'n'Run auf dem Channel hier gespielt? Ich weiß es gar nicht. Ich kann mich, glaub ich, gar nicht erinnern, dass ich jemals einen Jump'n'Run auf dem Channel hatte. Kann mich natürlich auch täuschen. Quik, 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 quik. Da oben sind Wolken. Ich weiß nicht, ob man da draufkommt. Äh... Hier... Fieser Wind. 18 von 46. Das ist leider keine gute Quote, Freunde. Das ist keine gute Quote. Ich will... Ich brauch hier mehr Bilanzen, ja? Das hat ja gut geklappt. Na, das hat dann noch viel besser geklappt. Vielleicht sollte ich dann doch einfach nur... Ich dachte, vielleicht kann ich auf dem Felsen an der Seite landen. Aber das geht offenbar nicht. Wir müssen hier immer auf diesen ganz kleinen, ganz feuchtig emporlugenden... Es ist nicht leicht, aber wir haben es bald geschafft. Und wie man sieht, aus eigener Kraft. Und dann steigen wir wieder nach oben. Und jetzt die andere Seite. Ich hab fast das Gefühl... So, ich weiß aber immer noch nicht, ob wir auf die Wolken kommen. Das werden wir später erfahren. Schlitten. Komm ich da überhaupt... Hier soll ich einen Schlitten? Okay. Vertrauen wir dem Schild. So, die haben wir auch. Wie gesagt, bei Wolken hab ich immer Angst, dass man auf irgendeine Wolke nicht mehr drauf treten kann. Bei der jetzt zum Beispiel. Okay. Oder war der da? Aber offenbar geht's... Uh. Schwitz, 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 schwitz. Kommen wir da wieder irgendwo hin? Ach, hier soll man auch Schlitten... Waaah! Schlitten fahren. Yippie! Komm ich da auch drauf? Komm ich da auch drauf? Da hinten war noch eine. Ich hab's genau gesehen. Ah, und hier kommen wir auch noch drauf. Okay. Und da sind auch noch welche. Jetzt kommen wir auch hier drauf. Okay. Dann haben wir die, ja. Manchmal hab ich Angst! Okay. Hier habe ich zum Beispiel Angst, die Schlitten zu benutzen. Aber hey, was soll's, man nimmt doch einmal! No, 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 no. 41 von 46. Und ich glaube da haben wir gerade mal welche übersehen, wie ich das gerade... Da! Da. Hey, dann haben wir doch bald alle, oder? Wie viele fehlen denn da noch? Eine? 46 von 46. Geile Scheiße. Ciao. Boah, geht ganz gut, ne? Und die Mutti ruft gar nicht. Hätte ich mal bloß nichts gesagt. Mount Torla. Mount Torl und Mount Torla. Ach du Scheiße. Also Mount noch höher. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a rabbit in the head. Irgendwie sowas.